Renzo Zorzi war ein italienischer Automobil-Rennfahrer. Er bestritt sieben Formel-1-Rennen für schwach finanzierte Teams. Karriere Renzo Zorzi arbeitete seit den späten 1960er Jahren für den italienischen Reifenhersteller Pirelli. Er begann seine Motorsportkarriere 1972 in der Formel 3. Er startete für die Scuderia Mirabella und setzte in den ersten beiden Jahren unterschiedliche Autos von Techno, Brabham und einigen kleinen italienischen Herstellern ein, zunächst ohne regelmäßige Erfolge zu erzielen. 1974 und 1975 arbeitete Zorzi für die Fiat-Tochter Alangia, die zusammen mit Repetto ein Formel-3-Triebwerk entwickelte. 1975 fuhr Zorzi den Motor in einem Auto GRD, mit dieser Kombination gewann er den großen Formel-3-Preis von Monaco und wurde dritter der Formel-3-Europameisterschaft. Mit Unterstützung seines Sponsors Francesco Ambrisio erhielt Zorzi daraufhin ein Formel-1-Cockpit in dem finanziell angeschlagenen Teams von Frank Williams, für das er im veralteten Williams FW 03 den großen Preis von Italien 1975 bestritt. Bei seinem Formel-1-Debüt kam er mit sechs Runden Rückstand auf den Sieger als 14 und letzter ins Ziel. 1976 startete Zorzi einmal für den Williams-Nachfolger Walter Wolf Racing. Das Auftaktrennen in Brasilien war Zorzis einziger Formel-1-Einsatz in diesem Jahr. 1977 wechselte Zorzi zum Shadow-Team, für das er die ersten fünf Saisonrennen bestritt. Beim großen Preis von Brasilien belegte er den 6. Platz und erreichte damit den einzigen WM-Punkt in seiner Karriere. Als Shadow-Pilot war Zorzi indirekt am tödlichen Unfall seines Teamkollegen Tom Prüze in Kielami beim großen Preis von Südafrika beteiligt. Zorzi blieb auf der Zielgeraden mit einem Motorschaden liegen, ein Streckenposten wollte das entstehende Feuer an Zorzes Wagen löschen. Überquerte dabei, ohne auf Fahrer zu achten, die Strecke und wurde von Tom Prüze in voller Fahrt erfasst. Prüze starb durch den Feuerlöscher des Streckenpostens, der ihn beim Unfall am Kopf traf. Der Streckenposten war ebenfalls sofort tot. Nach dem fünften Saisonrennen wurde Zorzi durch Riccardo Patrese ersetzt, der ebenfalls von Franco Ambrisio unterstützt wurde. Danach ergab sich für ihn keine Gelegenheit mehr, ein Formel-1-Rennen zu bestreiten. Nach seiner Zeit im Monoposto-Sport bestritt er Sportwagenrennen. Unter anderem siegte er 1979 gemeinsam mit Marco Capofari beim 1000-Kilometer-Rennen von Moncia. Später kehrte er zu Pirelli zurück, um dort als Testfahrer zu arbeiten. Nach dem Ende seiner Rennfahrerkarriere baute Zorzi in Binetto in der Region Apollien eine Rennfahrerschule auf. Er starb am 15. Mai 2015 im Alter von 68 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Statistik Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird. Statistik 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 Statistik